So, willkommen zu einer neuen Folge von Morphanta. Hallöchen! Natürlich wie du mit Skuldo, das ist natürlich normal. Ohne ihn geht nichts. Ich nehm einfach, ich weiß nicht warum, aber ich nehm immer erst die schlechten Flugzeuge eigentlich. Vielleicht gar nicht mehr so. Ja, dann nehm ich immer die schlechten. Ja, am Anfang nehm ich immer die schlechten, damit ich denke immer das Gute zum Schluss, weißt du? Und dann ist Spiel vorbei und... Zum Lieber das beste Flugzeug, oder einfach das Flugzeug, was du gerne ausbauen möchtest. Also am besten irgendwelche Flugzeuge, die du gerade eben erforscht hast, die dann versuchen irgendwie auszubauen. So, wir haben uns gut freigeschaltet und jetzt... Oh ja, wir gehen glaube ich auf den gleichen, oder? Auf den PP-Kack-Neux. Naja. Ja, dann auf den geh ich auch. Hallo! Hä, wo ist das? Zusammenarbeit? Mein Gott. Oh, hinter mir ist was, helf mir! Oh mein Gott, ich bin angeschossen! Ich seh ihn! Überlastung, ich will nicht ohnmächtig werden. Ist er immer hinter noch? Ja, hinter mir ist er immer noch. Alter! Was ist denn hier los? Die neue Munition, Mann. Alter, ich blick da nicht mehr durch, desweits... Also wenn du die 12 Millimeter hast, tu ohne Leuchtspur rein. Die Fetzen rein, zeig ich dir. Die hauen richtig weg. Alter, ich krieg dir hinter mir nicht weg. Halleluja! Warte, ich helfe dir. Oh scheiße, ich muss nachladen. Doch, 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 jetzt. Oh, jetzt hab ich mich hinter ihn gesetzt. Ey, dieser blöde... Haha, dieser Pfotzenkipp. Hehehe. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, das war jetzt echt ein geiler Manöver. Leck mich am Arsch. Also ich fand ihn richtig cool. Und jetzt muss er gucken, damit er wegkämpft. Dieser blöde Sack. Tja, jetzt fühlst du dich nicht mehr so cool, ha? Du WTF-H51A1. Oh, das ist das Flugzeug. Oh, warum hat der so abgebremst? Ja, Abschusshilfe. Yes, nice. Wir haben ihn zusammen zerstört. Dieser Kampfhobel. Mann, das läuft hier gerade bei mir richtig gut irgendwie. Alter, man, wir sind gerade richtig Profis hier. Komm, auf die Bodenziele. Was sind die denn? Ich seh sie gerade nicht. Hier drüben, bei mir. Ja, da rechts, ja. Da fliegt eine hier. Hier 100 auf dich. Ja, ich seh... Nicht auf dich richtig, aber auf uns im Bomber. Zerstören wir erst den, oder? Gehen wir gleich auf Bodenziele. Ja, erstmal den Typen zu stören, weil der geht auf uns so ein Bomber. Bisschen Bomber unterstützen. So, am Anfang haben wir schießen, oder eher nicht? Zoomst du eigentlich beim schießen, oder eher nicht? Was mache ich beim schießen? Zoom, man. Du kannst ihn mit... Ach so, es kommt drauf an. Also, wenn ich zu nah dran bin, dann eher nicht. Der fertig wird nachladen, du Bastenkind, ey. Ach, jetzt geht's. Feuer. Oh, warte, du bist direkt vor mir, Alter. Ja. Irgendwas ist hinter mir, glaube ich, was auf mich schießt. Ja, das dachte ich auch kurz. Aber da war was, dass du... Oder... Bist es du? Nee, 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 nee. Jetzt bin ich schon immer nach. Alter, wie viel hält der da auf? Alter, wie schnell ist denn der weg? Ja, ich frag mich auch gerade. Irgendw... Ja, hinter mir ist was. Da ist er ja. Bist du tot, oder wie? Nein. Er hängt sich hinter dich. Okay. Da, den nach. Du musst du nachladen. Ich drehe mal ab, weil ich... Den anderen, der bestimmt, glaube ich, eh nicht mehr... Oh, wir sind gerade voll diesem Gegnerhaufen drin, irgendwie. Ja, ich merke's. Äh, da verfolgt dich jemand. Ich versuche ihn abzulenken. Nee, ich versuche ihn zu treffen. Ich treffe ihn aber nicht. Oh, doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Oh, ich glaube, ich habe... Ich glaube, er hat locker... Nee, doch nicht. Ja, ja, der ist direkt hinter dir. Oh, ho, ho. Jetzt sind's da direkt. Es wäre schön, wenn du weggrillen könntest. Ja, ich versuche es ja, aber der fliegt... Ja, jetzt ist er weg. Also er ist abgehauen. Er ist nicht mehr hinter dir. Ja, gut. Oh, irgendwas anderes schießt auf mich. Oh, Mann, sind hier viele Gegner. Okay, die müssen irgendwie hier weg, sonst... Liegen wir wahrscheinlich noch große... Oh, hey, irgendwas zerstört. Zusammenarbeit habe ich bekommen. Sehr schön. Weil das Nachladen ist da dann wirklich 10 Jahre bei mir. Echt, das ist so. Ich fliege wirklich 10 Minuten ein Meter her. Ah, ich glaube, ich muss dir noch was sagen. Man kann... Weil jedes Flugzeug... Und je... Ja. Oh. Sollte ich dir vielleicht noch sagen, dass man das Cruise gibt und die kann man ausbauen. Heißt also, du kannst dann die Nachladezeit erhöhen und sowas. Also Fähringen, besser gesagt. Schießt dann. Schießt das... Den Typen hinter mir weg. Ja, du fliegst so ein Zickzack und der fliegt dann auch ein Zickzack und dann komme ich nie zum Schießen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich treffe ihn. Er wird langsamer. Ja, okay, jemand anders ist ihm reingeflogen. Das geht so jetzt natürlich auch, ne? Oh, scheiße. Hinter mir war was. Scheiße. Ja, du musst da echt aufpassen. Oh, hinter mir so. Ja, aber das Problem ist, wenn ich das merkt bin, ich meinstens sofort tot. Guck, jetzt nehme ich erst mal ein richtiger Flugzeug. Weißt du, mein Hauptflugzeug. Und jetzt, wo die Runde vorbei ist. Ist voll im Arsch eigentlich. Jetzt verlieren wir schon wieder. Oh, Alter, diese E16, ey. Ja, hier kommst du nichts davon. Und wir verlieren leider schon wieder. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Aber richtig heftig eigentlich. Ich sehe so viele, aber ich war gerade richtig gut. Ja, wir haben uns aber jetzt mega auf, wir haben uns aber auch gerade mega auf Luftkampf konzentriert. Ja. Ich habe zwar nicht viel, ich habe eigentlich nichts gekillt, ne? Beste Staffel. Jawohl. Ich habe nichts gekillt, aber irgendwie habe ich viele Unterstützungen gemacht. Doch, ich habe fünf Abschüsse. Ja, ich habe viele Unterstützung gemacht. Ich habe da auch viel von dir abgehalten und so, glaube ich. War ganz geil eigentlich. Cooles Teamplay gewesen, ja. Ja, das war ein cooles Teamplay, ja. Wurde erforscht. Oh, ein Flugzeug von mir wurde erforscht. Was hast du denn jetzt? Überspringen. Das sehen wir gleich. So, gucke ich mal gleich. Hä? Jetzt blicke ich nicht mal ganz durch. Irgendwas hat es erforscht, aber ich weiß noch nicht was. Cool, ich habe einen Bug. Du hast einen Bug entdeckt. Ja, mein Flugzeug ist komplett schwarz. Alles klar. Warum nicht? Nee, doch nicht. Irgendwas, irgendwie habe ich da irgendwas falsch mitbekommen. Egal. Ähm, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.